Wenn Sie denken, das sieht aber beängstigend hier aus, alle so duster und dann auch noch zugebaut, Sie haben recht, genau so sieht es aus. Trotzdem, ich habe hier eine Fahrbredung in Kürze, wollte Ihnen das mal schnell zeigen. Im Hintergrund hier auf vier Ebenen wird gefahren, zwischendurch noch geparkt. Ich weiß nicht, ob Sie es hier erkennen können, es ist also wahnsinnig, in welcher Höhe hier gebaut wird. Höhe ist auch das Stichwort, wenn wir uns die Märkte angucken, heute in Asien nicht besonders gut unterwegs gewesen. Tokio hat wieder das abgegeben, was wir gestern hier mal gut gemacht haben. Also das war fast ein Prozent im Minus, zumindest mal bis kurz vor Schluss. Da werden wir sehen, was noch mit passiert. Aber ich denke, im Wesentlichen wird es dabei bleiben. Ansonsten Asien ebenfalls, also wenn ich hier auf Indien gucke, wenn ich auf Shanghai, auf Hongkong gucke, alles negativ, allerdings dezent. Also nichts wirklich Tragisches, keinen wirklich deutlichen Bewegungen, das ist einfach nur ein Hin- und Hergeschiebe. Wir hätten theoretisch hier aus Asien durchaus Impulse bekommen können. Heute war in China der Verbraucherpreisindex auf dem Plan. 2,3 Prozent wurde erwartet. Tatsächlich sind es aber nur 2,0 gewesen. Also insofern ein bisschen weniger stark gestiegen. Aber sagen wir mal, der große Überraschungseffekt ist trotz der Abweichung zur Prognose ausgeblieben. Nicht ausgeblieben oder nicht verändert, so muss ich sagen, ist der Zins in Neuseeland. Ich denke mal, das hat zwar für die Aktien in Europa und auch in Amerika relativ wenig zu tun. Aber wer natürlich auf die Währung schielt, der sollte da immer mal einen Blick drauf halten. Neuseeland-Dollar allerdings dafür schon nicht ganz uninteressant. Heute allerdings insgesamt nichts verändert. Hier 2,25 war erwartet. So ist es auch tatsächlich geblieben. Also insofern keine Änderung von der Seite. Das soll es auch erstmal gewesen sein. So als erster Eindruck. Wir werden sehen, was der Markt macht. Ich werde mich nachher nochmal melden. Ich habe jetzt hier gleich meine Verabredung. Da muss ich jetzt rein. Deshalb habe ich gesagt, für ein schnelles Video vorab, für die Informationen, was Asien macht. Dafür reicht es noch allemal. Bis später. Alles Gute.